Hallo, ähm, an Objektboxen, ja, Blaupilz, Heizpilz, Pilz, Pilz, Efeu, Honig, Honig, fertig. Oh, Moment, wir haben einen Bonus bekommen? Nö, okay. 500, perfekt. Fortschritt speichern, natürlich. Und wieder wollen alle mit einem sprechen. Na, ich spreche mal erst mit den Kleinen. Na, komm. Mein kleiner Bruder und ich machen einen Angelwettbewerb. Wer zuerst den sagenhaften Goldenfisch fängt, hat gewonnen. Ich muss nur meinen Leuchtköder mit irgendwas mischen und schon habe ich den besten Köder der Welt. Hey, ich habe zu viele Megafliegenköder gefangen. Brauchst du welche? Hier, bitte. Danke. Okay, der will nicht mit mir sprechen. Äh, wir wollten noch einer sprechen. Ah, genau der. Hey, weißt du was? Ich mache einen Angelwettbewerb mit dem großen Bruder. Ja, das haben wir gerade auch schon. Äh, gott, ich viele Dinge. Gut, ja. Ja, danke. Jetzt haben wir auch die zwei Materialien, die wir verbinden müssen. So, mal gucken. Erstmal hier Rohstoff wiederholen. Oh, okay. Dann doch keine Rohstoffe. Ja, danke. So, dann sprechen wir mal mit ihr. Gute Arbeit beim Pilze sammeln. Wie fandest du die Gillenregeln? Sehr nervig? Ja, ich weiß, ich weiß. Die Gillen auf der ganzen Welt mühen sich ab. Er hat strenge Anforderungen zu erfüllen und Monster und Regeln arbeiten gegen sie. Dieses langsam heranrückende Zeitlimit. Man bricht läppig dreimal zusammen und gilt schon als zu schwach. Grausam. Allerdings. Die Leute bewundern Jäger gerade deswegen, weil die einfach mit allem fertig wären. Will dich nicht unter Druck setzen. Oh. Sieh mal auf die Uhr. Es ist viertel nach neue Quest. Diesmal haben wir hier einen ganzen Haufen Arbeit für dich. Fang an, womit du willst. Aber ich an deiner Stelle. Würde Yagi. Ach, Yagir jagen. So heißen die Kleinen. Aber nicht übermütig werden. Nimm Tränke, Wettsteine und Munition für die Armbrust mit. Du könntest auch zuerst die Monster in den Reihen machen. Das ist unter Wasser. Es winken also Strand und Sonne. Alle Quest sind auf jeden Fall besonders. Bereite dich gut drauf vor. Dann hast du kein Problem. Viel Glück. Jep, danke. Okay, Pilzernte haben wir gemacht. Dann nehmen wir mal. Erlege fünf Yagir. Ach genau, Yagir waren die ganz großen. Tränke sind in der Truhe. Ja komm, die machen wir einfach mal so. Auf gut Glück. So, Quest Aufbruch. So, Zeit nimmt 50 Minuten. Kein Problem. Genau, nehmen wir mal einen kleinen Trank mit. Die Karte, damit wir auch überhaupt noch sehen. Das und das. So, direkt wieder Ration nehmen. Ja. So, und erste Hilfe trank mal zum Notfall. So, die Yagir waren nicht hier. Aber ich mach's trotzdem. Tot. So, mach ein bisschen was einsammeln. Danke. So, Gebiet 6. Wo müssen wir hin? Ja, hier. Na komm. Ja, 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 ja. Ich sehe euch. So, hier ist es. Und deinen Tief in sich. Boah. Ha. Bam, 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 bam. Okay, er springt einfach mal nach vorne. Oh, was? Der hat mich gar nicht getroffen. Okay, die greifen sich gegen den Seiten an. Nein. Bäm, 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 bäm. Hey. Hörst du wohl auf. Cool. Beim Zurückziehen kann er den auch noch treffen. Ah. Oh. Nein. Jetzt kann ich die alle nicht looten. Nein, komm. Den krieg ich noch. Nein. Nein. Scheiße. Verdammt. Komm. Aber den krieg ich noch dafür. Bevor er verschwindet. Den dahinten krieg ich auch noch. Bevor er verschwindet. Lauf, 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 lauf. So, fünf von den Viechern muss ich ja haben. Wo ist mein Wetzstein? Da ist er. Schön, dass er nur ein Schwert schärft. Aber naja, ist ja egal. So, ich hoffe, ich habe meinen Spitzhacker mit. Ja, habe ich. Okay. Eisenherr. Ach so. Äh. Nein, 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 nein. Ähm. Was kann weg? Komm, Blaupilz. Kann weg. Ja, komm. Weg. So, weiter. Ja, Wasserglanz. Ja, Eisenherr. Wetzstein. Und Wetzstein. So, dann mal weiter die großen Viecher versuchen zu finden. So, ich glaube, hier müssten noch welche sein. Ach, verdammt, ich wollte doch gerade... Hier, den auswählen. Äh. Ah, hier ist einer. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Und, tot. Ja, komm. Sterb schneller. Danke. Ah, komm, halt den Maul. Ah, hör auf. Ja, geh auf. Danke. Äh. Schnell, schnell, schnell. Insektenhülse. Ja. Nein, mich kriegst du nicht. So. Moment. Komm, ist der... Oh, der Hände ist Eisenherz. Perfekt. Oh, der Hände ist. Und die Dung. Oh, verdammt. Äh. Ja, ich sehe... Siehst du, dass du mich angreifst. So, dann mal direkt hier. So, gehen wir mal nicht auf die Nerven. Nein, ich sehe auch da hinten... ...Yagi-Haut. Okay, eigentlich wollte ich den hier machen. Sechstes Teil. Eisenherz. Und Eisenherz. Und da hinten sehe ich noch einen. Vorher aber den hier noch schnell. Und nochmal Yagi-Haut. Das kann ich bestimmt gut für die Yagi-Rüstung gebrauchen. Na, komm. Wetzstein, ja. Ja. Gut. Sonst noch was? Nein. Perfekt. Düm, 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 düm. Na, lieber mal Wetzstein benutzen. Ich hab ja eh genug von denen. Ja, danke. So, und dann mal weiter. Weiter, weiter. Hä, soviel zu dem Thema. Okay, hier sind doch keine... Kann ich hier Knochen holen? Knochen? Ja. Du kannst nicht noch mehr Objekte tragen. Okay, dann waren hier wahrscheinlich Knochen, die ich schon hatte. Ja, ist ja schon gut. Gibt's hier vielleicht noch andere Knochen? Dann nicht. Na, komm. Den Trank können wir auch benutzen. Wir verlieren den Trank eh nach der Mission. Hier noch was? Neu. Dann mal wieder zurück zum Nest von denen. So, wo sind sie denn? So. Na, komm her. Blödes Vieh. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Der sieht mich gar nicht. Boah, die Top-Shirt, der geht so ab. Na komm, ich kriege ich noch. Ja, geh haut. Das ist super. Nochmal. Ja, geh Schuppe. Das ist noch besser. Ähm, was können wir denn wegtun? Etwas, was wir eh wieder kriegen. Äh. Okay, die Karte können wir wegtun. Ich kenne die Karte eh hier auswendig von hier. So, dann gehen wir mal hier unten hin. Ich hoffe mal, dass hier einer von den großen Viechern ist. Ah, da ist einer. Nein, du legst dich nicht. Ah, nicht getroffen. Bäm. Ja, komm. Ja, komm, komm, komm. Komm. Wo die mich angreifen. Komm, nochmal. Perfekt. Oh. Komm. Ich krieg's auch noch kaputt. Nein, ich will den. Och. Äh. Ich will den. Danke. Badam. So. Und nochmal Yagi-Haut. Verdammt, jetzt hab ich nicht aufgepasst. Wie viele Minuten hab ich noch? 60, 60 Sekunden? 30 Sekunden? Ah, egal. Mach mir den nochmal falsch. Ach, okay. So viel dazu. Und wieder eine Küste erfüllt. Voll Blutgletsch. Ja, 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 ja. Alles super Sachen. Danke. Danke fürs Geld. Ja, speichern. Okay, das war bei der Wii damals nicht, dass er immer wieder speichern kam. Glaube ich zumindest. Bin mir nicht sicher. Und war ja klar, dass wieder einer mit mir reden will. Gehen wir mal zur Farm. So. Was will der? Was hast du denn? Der Biste, ja. Ich bin dir sehr dankbar. Wofür? Die Gilde hat mich darüber informiert, dass du dich um die Yagi-Herde gekümmert hast. Ist ja nett, dass die das ganz offiziell machen. Aber mir wäre ein Besuch von der süßen Empfangsdame lieber gewesen. Ja, ich weiß, ich sehe scheiße aus. Egal. Jedenfalls wollte ich dir das Bombengehäuse hier geschenken. Als Zeichen meiner Anerkennung. Ein Bombengehäuse allein ist so gefährlich wie eine Feline ohne Krallen. Aber du kannst damit Bomben basteln. Danke. Kombiniere es für den Anfang doch mit einem Blitzkäfer. Klingt gut, findest du? Da hast du recht. Danke. So. Schon was geerntet? Oh, Tatsache. Ach so. Direkt eine Objektbox denn? Ja. Ne, ich will erstmal nichts anbauen. Danke. Und wieder zurück. So, jetzt wird keiner mit uns sprechen. So, erstmal Inventar leeren. Bevor ich nachher wieder vergesse, dass ich zu viel habe. Ja. Ja. Hohne brauch ich nicht. Bettstein behalte ich mal. Äh, Käferding behalte ich. Kraut brauch ich nicht. Erdnestal weg. Eisenerze weg. Yagi haut weg. Reisenerze, die man seit langem... Ach so, genau. Damit kann man, glaube ich, wiederbelebt werden. Ich bin mir nicht sicher. Weg. 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 Okay, das lasse ich mal. Weg. 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 Und weg. Weg. Da mal weitermachen. Ah, ne, Moment. Zuerst mal gucken, was ich hier machen könnte. Mit ganz viel Eisenerz. Ja, komm. Und zwar Rüstung. Die Brust als allererstes. So. Wulfango-Pelz. Ich dachte, die Leder beste hätte ich. Mal grad gucken. Anzeige ändern. Toll, die hab ich ja. Okay. Ach komm, das hier wohl schon. So, Eisenerz und warmer Pelz. Okay, warmer Pelz kriege ich von diesen komischen Viechern da. So. Vielen Dank.